und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge von minecraft und schön dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist und wir schauen jetzt mal was wir hier so das letzte mal alles fabriziert haben und zwar haben wir ja hier unser ja unseren wintergarten fertig gebaut und ja uns fehlte da noch ein bisschen holz damit wir den zaun hier soweit fertig machen können so jetzt müssen wir mal gucken dass wir noch das ein oder andere an holz uns besorgen damit wir den zaun noch eben fertig waren und noch ein schnick schnack schnuck hier war eine höhle dass wir definitiv da noch ein tor einbauen damit wir dann auch mal dazwischen kommen so das machen wir jetzt erstmal dann haben wir das schon mal aus dem kopf das haben wir schnell schnell damit hier ja das war super da hat sich unsere ich höre lava ich höre lava da hat sich unsere axt verabschiedet aber das macht nichts wir machen das jetzt mit bloßen händen ja aber wir sind ja steve und steve kann das auch mit den händen irgendwie irgendwo hier drunter ist lava wow das hört sich gewaltig an da drunter da kriege ich ja angst also hier ist nur wasser okay wir machen jetzt erstmal hatte das muss ich jetzt mal gucken gehen hier gibt es hier gibt leider nicht weiter da müssen wir erstmal buddeln das machen wir dann beim anderen mal jetzt schauen wir erstmal dass wir unser schnick schnack schnuck warte da eine ecke so wo haben wir es denn holz sagt sagt so dann hatte wir gucken wir eben das war hier so da brauchen auf jeden fall drei stück die reichen und jetzt bricht man noch ein tor 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 wenn das tor da brauchen wir vier und zwei blöcke haben wir nicht doch haben wir so dann haben wir das da machen wir das jetzt erstmal fertig dann haben wir das schon mal aus dem kopf so dann machen wir hier das sind und hier machen wir das tor und dann können wir hier rein und dann können wir hier nämlich vorbei flitzen wenn mal was sein sollte dann kommen auf jeden fall da rein sagt dann haben wir das schon mal fertig soweit so können wir hier rumlaufen ja das sieht schon mal nicht schlecht aus aber das gefällt mir hier nicht ich traue unseren creeper nicht nicht wirklich gut ich hatte noch eine andere idee hat mir beim letzten mal schon darüber gesprochen dass sich die ecken hier gerne so steinmäßig machen will da geht es wahrscheinlich unnötig glas bei kaputt aber ich wollte jetzt hier nicht irgendwie schwimmen gehen aber ich glaube das ist gar nicht so verkehrt dann das tut mir in der seele weh ja genau so hatte ich mir das gedacht ja dann haben wir hier so eine begrenzung mit drin blubb nein nicht darunter bist du doof oder was ach ist das schlimm wieder das war tief das war tief das war very tief so jetzt gucken wir mal dass wir das hier wieder an nicht hinkriegen so ja wir stehen falsch das gute glas so egal wir haben das auf jeden fall geschafft jetzt ist die frage machen wir das hier von innen auch noch oder aber das nicht wir gehen jetzt einmal gucken wenn wir jetzt schon einmal dran sind dann machen wir das auch anständig dann müssen wir hier auch wir müssen auch unser dach hier oben drauf bauen da habe ich auch noch eine andere idee so er das sieht ja doch das sieht cool aus da machen wir das hier auch zack so dann haben wir das da auch und hier machen wir das auch so dann haben wir das hier auf jeden fall schön das sieht dann schon mal richtig cool aus beleuchtung haben wir auch ja da müssen wir gucken dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchtung hier hinkriegen aber das ist ja geht gerade nicht so nicht so wie ich das gerne hätte aber das reicht erst mal so dann haben wir das was ich noch vorhabe da müssen wir hier schauen ja das ist relativ mittig dass wir hier so posten hochziehen und dann machen wir oben noch so eine art terrasse drüber mit zum vordach da brauchen wir noch mehr holz aber wir müssen auch mal sehen dass wir da können auch hier weiter bauen was die fenster angeht etc das wird definitiv eine rüstung wäre nicht verkehrt dafür müssten wir in die höhlen gehen ja traue ich mich jetzt nicht wirklich aber so das wäre natürlich auch nicht schlecht damit wir da mal ein bisschen was an schlutz haben so jetzt gucken wir mal die idee an sich fand ich nicht schlecht hier da könnte man gucken ja ich hab dann eben was gucken ob so jetzt schauen wir mal was haben wir denn hier nie das will ich doch da war es da war es so dann hätten wir das zwölf stück reicht nicht 18 stück dann könnten wir da schon mal ein bisschen was bauen so wie ich mir das vorstelle holz brauchen wir nicht dann würde ich das nämlich so in dieser dass wir hier rüber gehen bis hier ja so ungefähr bis hier das hier hin mache ist ein bisschen groß ne er ist zu groß wir machen das hier hin und den können wir dann können wir das hier drauf bauen so dann haben wir das dann müssen wir das hier waren warte mal hier zack zack genau dann könnten wir das nämlich machen sollte mal schauen so jetzt gehen wir erstmal hier hoch unsere super treppe da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen und dann wären wir das ja wir haben ja keine axt mehr wir müssen erst mal eine axt bauen so dafür brauchen wir erstmal stücke und dann machen wir uns eine stein axt jetzt mach mich nicht bekloppt wir können weil wir drei steine brauchen haben nur einen und es wird natürlich dunkel macht die tür auf ja das ist super das ist total super und noch ein zack können wir da noch ein drauf sitzen und da noch ein drauf sitzen haben wir einen da gut da sieht schon mal nicht schlecht aus es wird dunklen in minecraft city okay das ist aber nicht schlimm das stört uns jetzt mal ganz ganz ungemein so müssen wir halt nur gucken dass wir noch ein paar steinchen uns besorgen das gehen wir mal eben hier rein ist ja schon kuschelig ne ist richtig kuschelig hier ne richtig kuschelig ja da könnte man ja mit dem licht das reicht schon mal das ist okay so machen wir das so dann ist das das unser mega sitzplatz was da können wir da noch eine birne draufsetzen eine kleine glühlampe so dann haben wir ein bisschen heller hier wenn die kollegen von draußen kommen sieht man die am besser aber die kommen hier sowieso nicht rein sondern jetzt erstmal runde schlafen damit wir das schon mal haben wir schlafen mit der fackel in der hand ja das ist genau wie ich jetzt mit der zigarette in der hand schlafen kommt auch nicht so gut so dann haben wir das